Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Zweifel für den Gentest. Der Mensch darf in die Schöpfung eingreifen. So entschieden heute die Volksvertreter allein nach ihrem Gewissen. Unsere Tagesthemen. Beschlossen. Bundestag gestattet Präimplantationsdiagnostik. Bespitzelt das skandalöse Ende einer Boulevardzeitung. Und bereinigt. Birgit Prinz akzeptiert Platz auf der Ersatzbank. Ein Kind zu bekommen, heißt heute immer weniger, sich auf Ungewisses einzulassen. In der Medizin gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, zumindest den Beginn des Lebens zu lenken. So starben Ende des 19. Jahrhunderts noch 250 von 1000 Kindern innerhalb der ersten 5 Lebensjahre. Heute sind es maximal 5. Ein Fortschritt? Ja, sagen die einen und fordern einen weiteren Schritt zu tun, in dem bei künstlichen Befruchtungen per Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, für Eltern die Chance erhöht wird, ein Kind ohne schwere Behinderung oder tödliche Krankheiten zu bekommen. Die Gegner der PID aber mahnen, dass Fortschritt nicht heißen darf, grenzenlos Schicksal zu spielen. Heute hat der Bundestag eine gesetzliche Regelung der PID beschlossen. Jürgen Osterhage über eine sehr ungewöhnliche Debatte ohne Fraktionszwang und über den Mann, der diese Diskussion ins Rollen brachte. Matthias Blöchle auf den Weg in den Bundestag. Er hat als erster Mediziner in Deutschland Embryonen von Paaren mit schweren Erbkrankheiten auf Behinderungen untersucht. Das war rechtlich umstritten. Er zeigte sich selber an und wurde freigesprochen. Die Debatte über die PID, die Präimplantationsdiagnostik, begann. Nun hofft Blöchle, der Bundestag schaffe... Zumindest einen Zugang, damit die allerschwersten genetischen Störungen in diesen Familien untersucht werden können und vermieden werden kann, dass die Frauen wiederholte Fehlgeburten und Totgeburten erleiden müssen. Der Deutsche Bundestag ringt um eine Entscheidung, PID ja oder nein, die Debatte ernst und hochemotional über alle Parteigrenzen hinweg. Die Gegner warnen vor einer Zukunft mit Designerkindern. Die künstliche Befruchtung bekäme eine neue Dimension. PID bedeutet Selektion. Unter den künstlich hergestellten Embryonen werden die einen ausgewählt und die anderen verworfen. Es wäre quasi eine Zeugung auf Probe. Es geht gar nicht um den Streit, wann das Leben beginnt. Es geht um diese Unterschiedlichkeit. Wollen wir sie zulassen in unserer Gesellschaft, ja oder nein? PID verhindert möglicherweise in einzelnen Fällen Leid, aber sie verhindert in jedem Fall das Lebensrecht von gezeugtem menschlichen Leben. Wir sollten das nicht tun. Die Befürworter sehen das anders. Die begrenzte Zulassung von Gentests an Embryonen soll Paaren, die eine Veranlagung für eine schwere Erbkrankheit haben, großes Leid ersparen und die Chance auf ein gesundes Kind ermöglichen. Und es macht diese Eltern fassungslos, die Art und Weise, wie wir ihnen mit Angstworten begegnen. Vom Dammbruch bis zum Designerbaby und dabei meilenweit an der Lebenswirklichkeit und an ihrer gewissen Situation vorbeischießen, liebe Kollegen. Das Totalverbot, meine Damen und Herren, das Totalverbot geht eher von einem bevormundeten Menschen aus. Wir gehen von einem mündigen Menschen aus. Am Ende stimmt eine deutliche Mehrheit für die begrenzte Zulassung der Präimplantationsdiagnostik. Eine vorherige Beratung ist Pflicht, eine Ethikkommission muss zustimmen. PID hat jetzt eine gesetzliche Grundlage. Matthias Blöchle, der Initiator der Debatte, ist zufrieden. Insgesamt, denke ich, wurde gestärkt die Position des Individuums, persönliche Dinge privat und eigenverantwortlich zu entscheiden. Das klare Votum des Bundestages ist somit ein Vertrauensvorschuss für mündige Bürger und verantwortliche Ärzte. Es geht um diese Unterschiedlichkeit in unserer Gesellschaft und ob wir diese zulassen wollen, sagt Katrin Göring-Eckardt und trifft damit eine grundsätzliche Angst vieler PID-Gegner, auch vieler Behindertenverbände. Sie fürchten eine inhumane Gesellschaft, dass durch diese Art der Vorauswahl von Embryonen zukünftig anderes Leben, also das behinderter und schwerkranker Menschen, weniger akzeptiert würde als bisher. Und dass der Druck auf werdende Eltern wachsen könne, alle Wege zu gehen, um kein behindertes Kind zu bekommen. Anja Martini hat heute mit einer Familie gesprochen, die einen Sohn mit einer Erbkrankheit hat. Starthilfe für den Sohn. Dieses Geschirr ist übrig, André kann es mitnehmen. Heute ist sein großer Tag. Er zieht von zu Hause aus. Eigentlich für einen 27-Jährigen nichts Besonderes, aber André ist zu 80 Prozent behindert. Er hat die seltene Erbkrankheit Tuporösesklerose. Überall im Körper bilden sich kleine Tumore. André hat eine Lernschwäche, Konzentrationsschwierigkeiten, manchmal Wutanfälle und zusätzlich epileptische Anfälle. Es ist schon ein schwierigeres Leben. Es war so, dass ich auch viel an mir selbst gehatert habe, so als solches. Und ziemliche Schwierigkeiten hatte, halt die Sache für mich anzunehmen, diese Krankheit. Es hat schon eine ganze Weile Kraft gekostet. Seine Mutter hat viele verschiedene Behandlungen mit ihm durchgestanden. Als André in die Schule kam, hatte er die ersten epileptischen Anfälle. Damals ahnte sie bereits, dass sie ihm vielleicht eine Erbkrankheit weitergegeben hat. Als sie kurz darauf wieder schwanger wurde, hat sie abgetrieben, aus Angst vor einem weiteren Kind mit der Krankheit. Die Präimplantationsdiagnostik wäre für sie damals eine Lösung gewesen. Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, was ich heute weiß, was wir alles durchlitten haben, ich hätte das meinem Kind gerne erspart. Weil ich kann anders damit umgehen, ich kann mich darauf einstellen. Mein Kind ist aber auf meine Hilfe angewiesen, um seinen Weg gehen zu können. Michael Wunder kennt genau diese Probleme. Er ist Diplom-Psychologe am Beratungszentrum der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Im Ethikrat hat er sich gegen die Präimplantationsdiagnostik ausgesprochen. Die heutige Entscheidung, Berge, Gefahren. Was ich befürchte, ist, dass das, worum wir uns so sehr bemühen, dass Menschen mit Behinderung sich in dieser Gesellschaft willkommen fühlen, dass dieses Willkommensein brüchig wird. Aber ist die Präimplantationsdiagnostik dafür wirklich verantwortlich? Nein, sagt Professor Diedrich. Er gehört zu den führenden Reproduktionsmedizinern Deutschlands. Weniger als 10 Prozent der Behinderungen, sagt er, sind vererbbar. Die meisten Behinderungen entstehen durch Komplikationen bei der Geburt oder durch Unfälle. Mediziner können mit der PID nur eine Erbkrankheit ausschließen, aber keine Garantie für ein gesundes Kind geben. Vom befürchteten Baby nach Wunsch sei die Wissenschaft weit entfernt. Die blauen Augen werden durch so viele Gene bestimmt und vererbt, dass sie all diese Gene gar nicht erkennen können. Und es geht ja bei dem Ausschluss einer Erbkrankheit um ein Gen, ein Gen, das sie finden müssen und damit beweisen können, ob dieses Kind diese Erkrankung bekommen wird oder nicht. Für Familie Reitzing liegt kein Widerspruch darin, ein ungeborenes Leben mit einem schweren Erbfehler zu verhindern und gleichzeitig einen Menschen mit einer Behinderung zu fördern. Als nächstes will André versuchen, einen Job zu finden, vielleicht als Koch. Natürlich wird ihn seine Mutter dabei nach allen Kräften unterstützen. Das Abstimmungsergebnis im Bundestag heute war mit 326 zu 260 zwar nicht unbedingt knapp, aber es macht deutlich, dass der Bundestag gespalten ist in zwei ähnlich große Lager. Jörg Schönborn in Köln. PID ist unser erstes Thema heute im ARD-Deutschland-Trend. Ist das Meinungsbild, das Sie erhoben haben, ähnlich? Ich glaube, die meisten Deutschen werden sich heute gefreut haben über die Entscheidung des Bundestages, denn die Mehrheit in der breiten Bevölkerung, die ist sehr viel deutlicher. Wenn es darum geht, ob die Präimplantationsdiagnostik so wie heute beschlossen eingeschränkt erlaubt werden soll, dann sind 77 Prozent dafür und es gibt nur 19 Prozent, die sich für ein generelles Verbot aussprechen. Interessant finde ich übrigens, dass dieses Stimmverhältnis bei den Anhängern aller Parteien in etwa ähnlich ist. Auch bei der Union gibt es ähnlich viele Befürworter der heutigen Lösung. Nun hat der Bundestag ja den Abstimmungszwang, den Fraktionszwang heute ausgesetzt. Das ist vielen Befragten positiv aufgefallen und sie wünschen sich das sogar öfter. 31 Prozent haben uns erklärt, er solle grundsätzlich abgeschafft werden. Weitere 50 Prozent wollen, dass er wenigstens häufiger ausgesetzt werde. Nur 12 Prozent sind Anhänger des Fraktionszwangs. Im Bundestag machen sich ja viele Gedanken darüber, ob das Parlament an Bedeutung verliert. Ich habe den Eindruck, wenn man da was gegen tun will, kann man hier einen Schlüssel finden. Danke Jörg Schönbund für den Moment, dass die Menschen durchaus erkennen, welche Entscheidungen in der Politik ehrlicher oder taktischer Natur sind. Darum geht es auch gleich nochmal, wenn wir unter anderem über die geplanten Steuersenkungen der Regierung sprechen werden, dann im zweiten Teil des Deutschland-Trends. Zunächst aber kommentiert die Abstimmung im Bundestag... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.